Hallo, mein Name ist Stefan Buchwald. Ich leite an der Deutschen Botschaft in Washington das Deutschlandzentrum. Ich kenne und unterstütze das House of One schon seit vielen Jahren. Letztes Jahr hatte ich mal ein paar Vertreter eingeladen, um auch in den USA zu präsentieren, wie interreligiöse Verständigung aussehen kann. Und jetzt bin ich begeistert, dass mit diesem Pavillon in Berlin das Projekt House of One auch sichtbar geworden ist. Ich wünsche viele erfolgreiche Dialoge. Vielen Dank.